Hallo ihr Lieben! Also wir wollen uns jetzt noch mal ganz kurz ein zweites Video vom YouTube-Kanal Liebe zur Bibel anschauen, weil beim letzten Mal, wo ich auf ein Video oder das erste Mal auf ein Video davon reagiert habe, war ich anscheinend ein bisschen zu kritisch, wobei ich die Aussagen jetzt auch nicht zurücknehmen würde, bloß weil ich das wirklich differenziert mal betrachtet habe. Und das haben mir auch viele Leute gesagt, ja hey, der Typ, der war wirklich total klar und differenziert in seinen Aussagen und da ist nichts Schlechtes dran und ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt hier von Liebe zur Bibel, sie fährt halt so ein bisschen ihren Film, ihren Standardfilm immer im Gespräch und ja, okay, aber das ist ja auch in Ordnung, weil sie will im Gespräch mit den Leuten auf ein bestimmtes Ziel hinaus oder bei einem bestimmten Ziel ankommen und dass sie sich da eben so eine Gesprächspraxis zurechtgelegt hat, das ist ja durchaus verständlich. Und deswegen will ich auch nicht nur meckern und kritisch sein und ich habe hier dieses Video gefunden, wo sie irgendwie auf so einem Pride-Marsch-Transgender-Ding in Berlin probiert, vielleicht Leute von Jesus zu überzeugen und wieder den rechten Weg zu gehen, was ich ja schon lustig finde. Und da wollen wir nochmal ganz kurz jetzt reingucken. Ja, genau, das machen wir auch direkt mal. Ja, ich hoffe, das klappt mit dem Ton, aber ich denke schon, weil manchmal war das so, dass das sich so gedoppelt hat irgendwie und ich habe echt krankhaft, weil Leute gesagt haben, ich soll mir diese langen Kopfhörer mit Kabel suchen. Ich habe die Krankhaft hier zu Hause gesucht, ich habe sie nicht mehr gefunden, ich habe nur das Ding gefunden und das will ich jetzt aber hier nicht unbedingt für das Video aufsetzen. Zumal ich es auch probiert habe, wenn ich es reinstecke, dann hört ihr mich komischerweise nicht mehr, also vielleicht müsste ich da irgendwas umstellen oder so, ich weiß es nicht. Aber wir sind ja nicht hier im Flugtower, hallo, hier ist Airplane 41, let's get ready to start. Ja, komm, also, ähm, genau, ich denke mal, das funktioniert so. Ich habe eben zum Test gemacht, das war eigentlich ganz gut mit dem Ton. Three day? Wartet. Und ich will, also, oh Gott. Achso, ich überlege gerade noch. Manche sagen, das ist respektlos mit 1,25-facher Geschwindigkeit, aber es dauert sonst immer so übertrieben lange. Wenn ich noch kurz was erzähle, 5 Minuten, dann geht das Video schon locker 25 Minuten, wenn wir das ganze Video gucken. Deswegen überlege ich immer, ob ich das 1,25, ist eigentlich noch in Ordnung oder nicht? Na komm. Und ich schaue mal, ob es eine Möglichkeit gibt, jemanden vom Evangelium zu erzählen, weil, ey, wenn nur einer gerettet wird, das ist schon gut. Entschuldigung, ich muss nochmal gucken. Erstmal einfach schauen, die Situation abchecken und gucken, ob man mit Menschen reden kann, ob man für sie beten kann. Ja. Genau. Ich will eine Person heute von Jesus erzählen, mal gucken, ob es klappt, wir werden es später sehen. Ketzer macht ein paar Videos nebenbei. Dann gucken wir mal. Ketzer macht ein paar lieben Videos nebenbei. Auch nicht schlecht. Ach. Du bist hier heute, bist du aus Berlin? Ja. Ja? Ja? Was ist da heute dein Job hier? Ähm, also ich habe keine Ahnung, wir springen privat hier so. Was bist du? Privat. Also ich habe das Video schon gesehen, das hier ist Marco. Und Marco ist eigentlich ein ganz Liebär, oder muss ich jetzt sagen, eine Liebe. Also vom Menschen her, ja. Bei dem hier links bin ich mir nicht ganz so sicher, der da jetzt gleich kommt. Ähm, ja. Ähm, bin ich hier. Ja. Und, äh, ja, und ich mache das jedes Jahr als Drag Queen. Ah, du bist Drag Queen. Ja, genau. Okay. Wie alt bist du? Ja, 31. Ich würde dir jetzt gerne ein paar allgemeine Fragen zum Weltgeschehen stellen. Bist du bereit, dies zu beantworten? Ja. Glaubst du, dass es gut und böse gibt? Ja, gibt es. Ja, was würdest du als gut bezeichnen? Äh, gut würde ich bezeichnen, dass das hier heute möglich ist. Ja, okay. Und, äh, als böse, ähm, würde ich sagen, was danach passiert. Also, wir werden immer noch angegriffen, alle. Und, äh, zusammen. Du meinst hier jetzt als Community? Genau. Ähm, zusammengeschlagen. Es gibt Todefälle deswegen sogar. Das geht gar nicht. Genau. Und das ist das Negative. Aber ist nur das Böse, also ich meine jetzt nicht auf die Community bezogen, sondern allgemein auf das allgemeine Weltgeschehen? Also, wenn du jetzt mal rauszoomst aus nur Berlin oder keine Ahnung, aus Deutschland, ist es das Einzige, was du als böse bezeichnen würdest? Dass es queeren Menschen sozusagen, dass sie benach... Gibt es sonst nichts? Nee, eigentlich nicht. Also, ja. Und dass es bei den Leuten noch nicht angekommen ist. Also, zum Beispiel, wenn jetzt ein Heterosexueller geschlagen wird, aufgrund, also aufgrund einer Straftat oder irgendwas, ist das dann nicht böse? Doch, auch. Also, es ist halt allgemein. Nur, ähm, ich finde, weil ich in der Community bin, ähm, finde ich das bei uns, ähm, wird es einfach so weggelächelt. Und, ähm, keiner fühlt sich da wirklich dafür verantwortlich. Egal, ob du jetzt so kommst wie ich oder, ähm, normal herkommst. Findest du in Deutschland wird das immer noch weggelächelt? Ja. Echt? Immer noch. Ja. Auch so, weil ich habe das Gefühl, so auf dem Reichstag ist ja eine LGBTQ-Flagge, also selbst unsere Politik ist ja voll da an dem... Ja, das machen sie aber nur wegen dieser Veranstaltung. Die wird auch nur aufgehangen wegen dieser Veranstaltung. Und dann wird sie wieder abgehangen. Also, wenn ihr dann nach der Quiet, ähm, eine Woche später dahin geht, hängt die nicht mehr. Okay. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Pride-Sache und Queer-Sache, würde ich dir einfach allgemeine Fragen stellen. Also, äh, es geht ja hier in dem Video gar nicht um diese ganze Transgender- und so Geschichte, ähm, LGBTQ plus minus, äh, geteilt durch. Darum geht es jetzt in dem Video gar nicht. Ähm, aber nur einen Satz dazu, und zwar, ähm, weil sie ja sagte, ja, die Reichstagsflagge da, oder die, die, die Flagge von denen, die Regenbogenflagge wird da am Reichstag aufgehangen. Nein, das ist aber nur kurz und solange die Veranstaltung ist und die hängt nächste Woche nicht mehr da. Ähm, also ich finde, das finden aber auch eigentlich die meisten, dass eben gerade dadurch, dass diese Transgender-Sache und so, dass die so überdurchschnittlich repräsentativ überall vorhanden ist, dass es dadurch genau irgendwie zu Problemen kommt, dass die sich eben so in den Vordergrund rücken müssen, weil es ja doch eine totale Minderheit ist und dann irgendwie sich aber alles um Trans und so, äh, drehen muss, ja. Und wenn ich höre, ganz ehrlich, wenn ich höre, dass irgendwo jetzt so neue Ampelmännchen, äh, mit lesbischen Paaren und so weiter gemacht wird oder auch mit, äh, schwulen Paaren, ähm, dann finde ich das zum Beispiel komplett übertrieben, weil was hat denn das im Straßenverkehr zu suchen? Das ist doch komplett lächerlich. Also mir wäre es eigentlich egal, ob da jetzt ein Ampelmännchen oder eine Ampelfrau in der Ampel sitzt oder, oder da, ne, in der Ampel steht. Also, wisst ihr, was ich meine? Dabei im normalen Straßenverkehr gibt es das ja gar nicht. Es gibt es, ach, bei Fußgängerampeln gibt es das genau. Ja, da sollen sie von mir aus auch eine Ampelfrau hinmachen, aber da zum Beispiel zwei Frauen oder zwei Männer mit einem Herz in den Personen zu machen in der Ampel, das finde ich komplett übertrieben, weil diese ganze Debatte hat doch mit dem Straßenverkehr überhaupt nichts zu tun, ja. Und ehrlich gesagt ist es ja dann genau andersrum. Das heißt bloß, weil ganz, ganz winzige Prozente von der Bevölkerung Transgender oder wie auch immer, äh, schwul oder lesbisch sind oder was auch immer. Deswegen muss man doch dann nicht die Ampelbilder danach richten, ja. Und das, finde ich, ist ja dann eigentlich wieder total, äh, umgedreht verrückt, weil bloß, weil irgendwie ganz wenige Menschen im Land Transgender und Queer und schwul und lesbisch sind, ja, wie gesagt, deswegen müssen sich doch nicht alle dann danach richten und, ähm, also akzeptieren und respektieren, ja, aber doch nicht, äh, dann die Ampeln nach diesen Menschen gestalten, warum denn? Das ist doch immer noch die Minderheit. Also das ist, ey, total unlogisch, das ist ja gar nicht demokratisch. Also. Glaubst du, du bist ein guter oder ein böser Mensch? Guter. Okay, dann, äh, mache ich einen kleinen Test mit dir. Ich hoffe, du schaffst es ehrlich mit mir zu sein. Ja. Hast du schon mal gelogen in deinem Leben? Ja. Wie viel Lüge? Eine. Eine Lüge? Du, jetzt hast du gelogen, oder? Nee. Du hast eine Lüge in deinem ganzen Leben gelogen, sonst hast du noch nie gelogen. Nö. Immer die Wahrheit gesagt. Auch wenn sie schmerzt. Und als Kind, aber kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, oder? Weil da hast du bestimmt viel gelogen. Da, als Kind, weiß ich es nicht mehr. Hast du mal was gestohlen in deinem Leben? Ja. Wie nennt man jemanden, der lügt? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Wenn jemand jetzt viele Lügen erzählt oder gelogen hat, wie nennt man jemanden, der lügt? Also ich würde sagen, entweder ist das falsch, oder, ähm, er hat ein Problem und versucht es damit zu verstecken. Oder ein Lügner. Oder ein Lügner, ja. Wie nennt man jemanden, der geschuldet hat? Ein Deal. Genau. Glaubst du, glaubst du, dass du mal, dass du ein guter Mensch bist? Ja. Auch wenn du sagen würdest, du hast gelogen und du hast geschuldet. Ja. Glaubst du an eine höhere Macht? Ich glaube nicht dran, aber manche Menschen denken, dass sie eine höhere Macht haben, aber haben sie ja leider nicht. Das heißt, wenn ich dir jetzt erzähle, ich habe eine höhere Macht in meinem Leben, die ich, wie auch immer nenne, Gott, Vishnu oder Buddha, dann habe ich die gar nicht? Nee, das ist ja, das ist ja eine Sache, die, ähm, das ist ja eine Einstellung. Wenn du, wenn du sagst, okay, ich glaube an irgendwas, stellst du dich ja darauf ein, sozusagen. Und, ähm, ja. Sagst du, das ist dann keine Realität? Doch, für die Menschen, ja. Aber ich, ich habe kein Glauben, sozusagen. Und, ähm, ich glaube halt nicht dran. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht existiert, aber ich glaube halt nicht. Was glaubst du, was nach dem Tod passiert? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Nee, ich werde vielleicht als, ähm, als was anderes wiedergeboren, ja. Das glaube ich. Ähm, okay, also du glaubst nicht an Gott. Ich weiß nicht warum, ich habe gerade im Kopf, ich werde als Tomate wiedergeboren. Äh, äh, Entschuldigung. Angenommen, angenommen, es gäbe einen Gott und er würde anhand der zehn Gebote richten. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Hättest du den Himmel oder die Hölle verdient? Weil ich es schon mal getan habe, wäre es dann die Hölle. Würdest du so sagen? Ja. Ja, nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also, das ist halt so ihr Gesprächsverlauf. Ne, sie fragt halt die Leute, hast du schon mal gelogen, hast du schon mal gestohlen und so weiter. Und das ist eben der Punkt, dass es irgendwie alle Menschen schon mal gemacht haben. Ja, und deswegen sind wir sozusagen alle Sünder. Und was dann ihr sozusagen, ihr Trumpf im Ärmel ist, ist, dass sie dann halt sagt, äh, Ehrlich bin, dann habe ich die Gebote... Warte, ich mache mich mal ein bisschen größer wieder. Ähm, dass sie dann halt sagt, ja, kannst du dir vorstellen, dass Gott, äh, uns so sehr liebt, dass er das Beste und Einzige gibt, was er hat, dass er sozusagen seinen Sohn gibt, für deine Sünde sozusagen, damit er dich reinwaschen kann, damit du wieder nach Hause kommen kannst zu Gott. Und das ist halt so ihr Gesprächsverlauf. Und deswegen, das ist ja auch okay sozusagen, ja. Also sozusagen diese rhetorischen Fragen. Hast du schon mal diese Sünden begangen? Ja, hast du? Okay, dann bist du automatisch Sünder. Dann würdest du in die Hölle kommen. Aber nein, Jesus will dich ja retten, indem er seinen Sohn geopfert hat, ne? Und das ist ja auch so ein... Das ist dieser logische Gesprächsverlauf. Das ist ja auch in Ordnung. Aber, ähm, wie gesagt, da fehlt mir halt jetzt so als, ähm, spirituell interessiertem Menschen, der sich für Karma und so weiter diese ganzen Sachen interessiert, ähm, das ist mir dann natürlich zu einfach gesagt, weil das musst du einfach differenzierter betrachten. Nur als Beispiel, stellt euch mal vor, so, die ganze Welt braucht Öl als Treibstoff. Ja, abgesehen davon, dass es vielleicht auch freie Energie gibt, ist jetzt egal, aber die Welt braucht sozusagen Öl. So, was ist jetzt, wenn also wenige Leute sich auf der Welt das gesamte Öl unter den Nagel gerissen haben, ja, und sozusagen eine absolute Monopolstellung haben, eine, äh, Industrie, also eine Machtstellung dadurch erreicht haben, dass sie dieses Öl haben, was komplett unfair ist, weil die haben das Öl, alle anderen nicht. Und alle anderen müssen das jetzt von denen teuer kaufen. So, was ist jetzt, wenn jetzt die gesamte Menschheit sagt, ey, das ist total unfair, warum sitzen 100 Leute, darunter irgendwelche amerikanische Familien, die reichen halt, und, äh, irgendwelche Öl-Saudis, Ölprinzen und so weiter, ähm, warum, äh, gehört denen jetzt das komplette Öl? Saudi Aramco ist, glaube ich, somit das größte Unternehmen der Welt auch, ne, weiß ich nicht nach Börsenwert oder, also, oder eins der größten auf jeden Fall, einfach nur durch das Öl, ja. So, und was, so, und wenn jetzt alle Menschen sagen, nö, das ist unfair, 100 Menschen gehört das gesamte Öl, ist doch Quatsch, das gehört doch allen Menschen auf der Erde, oder nicht? So, und wenn die jetzt sozusagen den Öl-Multis Öl klauen würden, weil alle Öl brauchen, jetzt, mal ohne Scheiß, das ist doch logisch, oder? So, ist das dann schlimm? Ist das denn schlimm? Würde jetzt so Jesus oder Gott oder wie auch immer sagen, Oh, ihr Menschen auf der Erde, ihr seid aber böse Sünder, ihr seid ganz böse Sünder, weil ihr habt ja gestohlen. Ja, das ist jetzt ein einfaches, aber wirklich sinnvolles Beispiel, dass das halt, äh, nicht differenziert, wie gesagt, betrachtet ist, was sie da macht, ja. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe es halt, ne. Deswegen, das wollte ich nur mal so gesagt haben, ähm, ich betrachte die Dinge halt gern genauer, ja. Und ich weiß genau, Jesus und Gott würden nicht die Menschen verurteilen, weil sie den Öl-Multis jetzt ein bisschen Öl klauen, ja. Ja, und, genau, das ist halt das Ding. Ansonsten finde ich doch die Sache hier super, und, äh, jemanden Jesus und dieses Thema Geistliche und Gott und so weiter näher zu bringen. Und alleine, wenn die Menschen nach den Geboten leben würden so, dann wäre die Welt natürlich besser, ja. Aber wie gesagt, man kann nicht, äh, wegen jeder kleinen Pupslüge oder wegen jeder kleinen Pupsünde kann man natürlich die Menschen nicht einfach komplett verurteilen und dafür kommt auch keiner in die Hölle, ja, muss ich ganz klar so sagen. So funktioniert Karma nicht, ähm, da kann man das Ganze viel genauer betrachten durch die Schöpfungsgesetze, die Gott eben gemacht hat für dieses materielle Universum. Und da spielen eben diese ganzen Gesetze, die Gesetze von Karma, Ausgleich, von Resonanz und Entwicklungsgesetz und so weiter und so fort, diese Gesetze bestimmen das eben alles, wie das abläuft und da gibt es keine pauschale Einteilung, oh, du hast jetzt einmal eine kleine Lüge gemacht, du hast jetzt mal ein Kaugummi geklaut, du kommst in die Hölle. Das ist kompletter Schwachsinn und, ja, so ist es halt, ne. Aber nichtsdestotrotz ist das hier natürlich, äh, im Prinzip, pfff, eine gute Sache, ja. Also wenn man sich entscheiden müsste, ist es eine gute oder eine schlechte Sache, würde ich eher sagen, ist es eine gute Sache. Zumal nachher auch noch was Interessantes kommt, am Ende des Videos kommt noch was Interessantes, so Thema Spiritualität und Magie und so weiter und, äh, äh, ja, Bibel, Jesus und Geschichte, dass man eben nur in die Kirche geht und dass man, ja, was traut keinem Promi gerade für ein Video gemacht hat, dass man eben die Menschen dadurch in diese, äh, in diese Religion sozusagen, also, dass man die damit auch festhalten will, die Menschen und, ähm, gar nicht freimachen will. Da kommt nachher auch noch was Interessantes. Auf welche Idee könnte denn ein guter Gott kommen, der dich nicht in die Hölle schießt? Ähm, eine Anzahl des Verdiens. Meinst du? Ja. Okay, angenommen, du stehst vor Gericht und hast ein Kind, bist angeklebt wegen Kinder. Das ist ja genau, jetzt mal ohne Scheiß, ähm, das ist ja eben genau wieder die differenzierte Sichtweise, die sie gerade hatte, äh, wonach könnte Gott es denn festmachen? Na, nach dem, nach der Anzahl und der Schwere der Vergehen. Ja, völlig logisch. Und das wird die jetzt rechts auch bestätigen, denn was bringt sie jetzt für ein Beispiel? ...tod, also ein Kind getötet. Jetzt sagst du aber zum Richter, ich habe nur ein Kind getötet. Ist das gerecht, wenn der Richter dich nicht in den Knast schickt? Nein, nein, es ist nicht gerecht. Es kommt auch auf die Schere drauf an, was es jetzt ist. Ist es jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, was auch schon jeder gemacht hat? Ein, ähm, Diebstahl irgendwo oder so? Genau, hier ist es wieder die differenzierte Sichtweise von ihr oder ihm, weiß ich jetzt nicht genau. So wie in dem letzten Video, wo ich es auch gesagt habe, der Typ, der interviewt wurde, der hatte eine total, Mann, ich benutze so oft das Wort differenziert, ich glaube, ich habe es jetzt schon sechsmal benutzt, aber mir fällt gerade kein anderes Wort, ähm, äh, ne, was gibt es noch für differenziert, ne, ausgeglichene, ach, weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall, ne, die Schwere der Tat ist entscheidend. Was, und sie bringt halt das Beispiel, ein Kind töten. Ja, ein Kind töten ist natürlich ein schweres Vergehen, ja, und das ist nicht zu vergleichen, wie, äh, dem Bauern eine Kartoffel klauen. Das ist einfach was anderes. Oder jemandem einen Vogel zeigen, ist vielleicht strafbar, oder einen Mittelfinger zeigen, ist ja strafbar. Aber, ist es, da, dafür kommen wir jetzt in die Hölle? Ne? Und das ist ja sozusagen ihr, das sagt sie ja sozusagen, ne? Doch, ja, das sagt sie. Das muss ich ja ehrlich sagen. Da steht, also, da kann ich, Entschuldigung, meine Aussagen nicht zurücknehmen, weil sie rechts hier, die Interviewerin, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm, sie sagt ja, hast du schon mal irgendeine Sünde begangen? Hast du schon einmal gelogen? Dann bist du Sünder. Und dann kommst du nach Jesus und Bibel in die Hölle. Das ist für mich wirklich Schwachsinn, muss ich sagen. Schwachsinn. Im Supermarkt oder so, das ist so, ja, soll man nicht machen, klar, aber es ist so, als Kind ist man nicht, also nicht so klar, wie man es jetzt ist, als Erwachsener, und macht halt Fehler. Aber, äh, Ich meine, dass du als Erwachsener ein Kind getötet hast, sozusagen. Genau, das, das, das... Kann ein Unfall gewesen sein, aber letztlich, wenn du vor Gericht stehst, wird der Richter dich ja schuldig sprechen, obwohl du andere Gutes angetragen hast. Ja, das ist ja auch schon wieder interessant. Muss ich mal ganz kurz einwerten. Äh, selbst wenn du es durch einen Unfall oder unbewusst gemacht hast, ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war gestern, äh, echt nicht gestern, ich war letztens, ähm, bei einer Garage und hab da das Gar... dieses Gar... den Garagengriff genommen, und ich hab überhaupt nicht gesehen, dass unter dem Griff so eine kleine Heuschrecke saß. Und ich hab die Heuschrecke wirklich zerquetscht. Und es tat mir total leid. Und ich dachte, scheiße, aber wie hätte ich das denn sehen sollen? Entschuldigung, das passiert einfach. Du kannst nicht unter deinen Schuh gucken, ob da eine Ameise ist. Du kannst nicht hinter jeden Türgriff gucken, bevor du... also du kannst nicht da vorher gucken, ob da ein Insekt ist. Das ist einfach Schwachsinn, ja. Ja, und weil sie gerade gesagt hat, wenn du aus Versehen etwas machst, ja, also ich finde, da muss man schon ein bisschen differenzieren auch, ne, weil, äh, ja gut, wenn du aus Versehen ein Kind tötest, finde ich das nicht in Ordnung. Ähm, das ist... äh, das finde ich trotzdem nicht in Ordnung. Ja, das müsste auch bestraft werden, sozusagen. Aber, das ist ja schon wieder auch so eine Sache, ne? Was ist denn, wenn du etwas aus Versehen machst? Also jetzt abgesehen davon, dass wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch sagt, wenn man ein Tier oder ein Insekt tötet, ob man dann auch in die Hölle kommt, ähm, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das, das ist ja eine Sache, die passiert aus Versehen und, ja, dafür kommst du auf jeden Fall auch nicht in die Hölle. Ja, dann ist es... Und genauso glaube ich, es wäre es mit Gott auch, wenn er existieren würde, dass er uns Schuldig sprechen muss, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Sprich, weil wir gelogen haben, weil wir gestohlen haben. Kann er gar nicht anders. als uns in die sozusagen Hölle, woran du wahrscheinlich nicht glaubst, schicken müsste. Ja. Jetzt gibt es aber eine Lösung und das Problem. Weil ich habe gelogen und ich habe sozusagen nicht den Himmel verdient, weil ich das Gesetz gebrochen habe. Wie könnte die Lösung heißen? Das wäre auch ein komplett unfaires Spiel. Ich finde, das wäre ein komplett sinnloses und unfaires Spiel. Ja, okay, Entschuldigung, ich wollte eigentlich in diesem Video mal für Liebe zu Bibel sprechen, aber ich muss sagen, es ist vollkommen sinnlos und falsch, was hier vermittelt wird, weil sie sagt das ja wirklich. Sie sagt ja wirklich, Gott muss dich verurteilen und richten und in die Hölle schicken, weil du mal gelogen hast. Das ist völlig unsinnig und das widerspricht wirklich allem und wir sind hier, um Erfahrung zu machen. Ja, und Gott hat extra dieses Spielfeld erschaffen von Gut und Böse, von freiem Willen, dass du die Scheißerfahrung machen kannst, damit du aus den Scheißerfahrungen lernst. Ja, damit du Fehler machst, du ernährst dich falsch und so weiter, dann wirst du krank. Du machst finanzielle Sachen falsch und dann hast du finanziell 50.000 verloren, scheiße, also lernst du draus. Du machst Fehler mit Menschen, Vertrauensbruch, was weiß ich nicht alles und hinterher verträgt man sich im Idealfall wieder und man lernt draus. Und das ist die Entwicklung von der Seele auf der Erde, vom Menschen. Ja, und das hier, was sie sagt, das ist ja wie ein Computerspiel, das ist ja wie, wie heißt denn das, russisch Roulette, das ist ja wie, wenn du einmal eine Lüge machst, einmal ein Kaugummi klaust, dann hast du verloren, dann gehst du in die Hölle. Das ist vollkommen schwachsinnig, vollkommen schwachsinnig, wirklich. Die mir den Weg zu Gott wieder freiräumt und dieses Problem sozusagen auflöst, was ich mit Gott habe. Weil ich habe das Gesetz gebrochen, ich bin nicht rein, ich bin nicht heilig vor Gott. Was macht Gott in seiner Gnade in diesem Moment? Es ist ja sogar so, dass es gar nicht anders geht. Also, das ist ja, das ist, tut mir leid, also ich muss es tatsächlich in diesem Video wieder so sagen, das ist ja diese spirituelle Sichtweise, die ich habe, wenn man sich mit den ganzen Sachen wirklich beschäftigt, was ich sehr lange habe, dann, ja, dann geht das einfach vier Milliarden mal tiefer als das, was sie hier gerade macht. Weil ich meine, genau so funktioniert das ganze Spiel. Das sind die Spielregeln. Ja, und es gibt diese Erde und das materielle Universum hier nur, weil der Mensch ja eben aus der Einheit raus ist. Es gibt diese spirituelle Welt oder dieses Nirvana oder dieses Gottesreich, da wo die Wesen sind. Und die Wesen gehen raus aus dieser Einheit in die Dualität. Aus der Einheit in die Dualität. Und da gibt es dann zwei. Da gibt es nicht eins, da gibt es zwei. Gut und böse. Und wir sollen hin und her pendeln und immer diese Erfahrung, diese Erfahrung machen und uns letztendlich dann für das Richtige und das Gute entscheiden, nachdem wir die ganze Scheiße durchgemacht haben. Das heißt, was sie hier sagt, ist vollkommen unsinnig, weil wir Menschen kommen nicht auf die Erde, um ein perfektes Leben zu leben. Und es tut mir leid, genau das sagt sie. Wir kommen nicht auf die Erde, um ein perfektes Leben zu leben, ohne Lüge, ohne Sünde, ohne alles. Dazu sind wir hier überhaupt nicht auf der Erde. Das ist gar nicht der Sinn von der Erde. Das heißt, sie hat wirklich das komplett alles falsch. Also in meinen Augen ist das Positive an dieser Geschichte, sie will Menschen zu Jesus und zu Gott führen, super. Aber das geht nur über Eigenverantwortung und nicht, ja, wir sind sowieso Sünder, deswegen kommen wir alle in die Hölle und Jesus ist jetzt unser Retter und wir anerkennen jetzt Jesus und wir lieben den und ja, super, jetzt ist alles toll und wir kommen in den Himmel. Vollkommen unsinnig. Welche könnte guter Gott kommen? Also, vielleicht, dass man das durch gute Taten wieder aufwiegen könnte. Das wäre wie so eine Waage mäßig? Ja, wobei, das mit dem Richter hatten wir ja schon, wenn der Typ jetzt sagt, okay, ich habe ein Kind getötet, aber ich habe noch, keine Ahnung, 100.000 Euro an die Tafel oder so gespendet, dann wird der Richter ja nicht sagen, ja, okay, dann bist du halt nicht mehr verurteilt, sondern er muss ihn ja trotzdem aufgrund seiner Tat verurteilen. Ja, oder du bereust es. Bereuen, genau. Bereuen. Oder? Also, du bereust es und, äh... Oder jemand anders zahlt deine Schuld, oder? Ja. Wenn du den Tod verdient hättest, dann müsste mit Leben bezahlt werden, oder? Ja. Welches Leben, meinst du? Ist eigentlich auch schwachsinnig, ey, es tut mir voll leid, ne? Aber sie hat ja gerade gesagt, wenn du sozusagen jemanden getötet hast und du willst deine Schuld bezahlen, dann geht das auch, indem jemand anderes, oder Schuld, diese Schuld, das du im Leben genommen hast, muss ja mit einem Leben bezahlt werden. So, und dass diese Schuld dann von mit einem anderen Leben, dass deine Schuld mit einem Leben von einem anderen bezahlt wird, ist auch schwachsinnig. Das habe ich gerade ohne Scheiß jetzt mal in diesem kleinen Metatron-Buch gelesen, wo es um Karma ging. 111 Fragen über Karma von Metatron geschändelt sozusagen. Erzengel Metatron. Und, äh, der hat das so toll aufgeschlüsselt und er hat gesagt, Karma ist von jedem individuell und kein anderer kann dein Karma irgendwie auflösen. Kein anderer bei AstroTV kann dir dein Karma wegnehmen, äh, auflösen und auch nicht jemand anderes. Ein anderer Mensch kann auch nicht dein Karma übernehmen. Du gibst dem 20 Euro und dafür übernimmt er deine Karma-Lasten. Völlig schwachsinnig, ja? Eigentlich ist es unsinnig und jetzt sagt sie, ja, also du hast deinen Karma, du bist Sünder und jetzt ist aber Jesus für dich am Kreuz gestorben und dadurch bist du wieder frei. Du musst es nur akzeptieren und anerkennen. Macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Dann, dann muss man das ja gar nicht richtig bereuen, sozusagen. Gott geben können, dass du leben kannst. Du und ich, wir verdienen den Tod. Was macht Gott in seiner Gnade? Seinen Sohn? Kennst du den Namen? Nee, ich hab damit gar nichts zu tun. Du kennst es trotzdem, auch wenn du damit nichts zu tun hast. Ich bin mir sicher, dass du in der Schule schon davon gehört hast. Hast du noch nie den Namen Jesus gehört? Ja, doch, ja. Genau, und Gott schickt in seiner Gnade seinen Sohn Jesus Christus, der ein perfektes Leben lebt, der nie gestohlen hat, nie gelogen hat, damit du und ich zu ihm kommen können und nicht mehr unter dieser Strafe, dieses, ja, unter Gottes Zorn leben müssen, sozusagen. Würde es, was hindert dich daran, an diese Botschaft sozusagen zu glauben? Also, weil ich damit eigentlich überhaupt nichts zu tun habe und, ja, also, ich finde, das ist für mich Hoffnung, Hoffnung, irgendwas, also, für mich ist es Hoffnung schüren, die für mich halt nicht funktioniert. Warum? Sie funktioniert ja für jeden Menschen. Ja, sie funktioniert für jeden Menschen, aber die, die richtig glauben und ihr Leben danach leben, ich finde es zu viel, sag ich jetzt mal. Warum zu viel? Also, wie kommst du darauf? Wie soll ich das anders anklären? Ich will, am gewissen Punkt sollte man auch eine Grenze setzen. So, ähm, ja. Okay, nun ist das Problem, egal was hier jeder glaubt von uns, um uns herum, es muss ja nachher Wahrheit geben, oder absolute Wahrheit und ich glaube, dass jeder, je nachher, vor Gott stehen wird. Eingeschlossen, mir, jeder, jeder Mensch, es gibt keine Ausnahme, egal woher der kommt und egal, welche Sexualität er hat und egal was, ich glaube, jeder steht vor Gott und muss sich rechtfertigen für das, was er getan hat und wird feststellen, ich habe das Gebot gebrochen. So, und dann ist halt die Frage, wo geht deine Seele hin, wenn du stirbst? Und ich glaube, dass du so wertvoll bist, dass du ewig lebst und das Leben deine Berufung ist, in Gemeinschaft zu leben, in Beziehung zu leben, geliebt zu werden von einem Gott, der dich auf diese Erde wollte und gesagt hat, Marco war dein Name, ne? Ja. Ich liebe dich und ich habe dich so geschaffen, wie du bist. Ja. Und ich glaube, dass wir irgendwann vor diesem Gott stehen und dann, dann ist es so weit, dass Jesus sagt, okay, oder Gott sagt, ey, hast du an meinen Sohn geglaubt oder nicht? Hast du geglaubt, was er in seinem Wort offenbart hat über sich selbst? Und das entscheidet nachher über Leben und Tod. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. und Jesus sagt, Marco, ich liebe dich so sehr, dass ich beschlossen habe, mich für dich hinzugeben. Also es gibt keinen Mann, der dich jemand so sehr lieben wird, wie Jesus Christus das getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen und ist für deine Schuld am Kreuz von Golgotha gestorben. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht noch lange dazwischen quatschen, aber ich wollte eigentlich ein positives Video machen hier, aber es tut mir leid, ich kann mit dieser Sache nicht mitgehen. Ich kann damit absolut nicht mitgehen, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und damit, wenn du das, sie hat eben gesagt, wir stehen alle dann vor Gottes Gericht und es geht darum, haben wir daran geglaubt? Haben wir es anerkannt und daran geglaubt? An Jesus und seine Schriften, die er da niedergeschrieben hat und so weiter. Ja, Bibel, Evangelium, wie auch immer. Und ich kann da absolut nicht mitgehen. Das ist überhaupt nicht der Sinn des Lebens. So funktioniert das ganze Spiel überhaupt nicht. Es ist so. Und ich muss eher sagen, dass das dieses Ding ist von diesen lauen Christen, von den ganz vielen Christen auf der Welt, die überhaupt gar keine Christen sind. Die gehen einmal zur Kirche, die spenden, also einmal in der Woche oder was, am Sonntag ist mir scheißegal. Die spenden Geld. Der Staat treibt das Geld über Steuern ein, Kirchensteuer für die Kirche. Vollkommen schwachsinnig. Ihr seid keine Christen. Also ich rede jetzt nicht von ihr oder von denen. Ja, die finde ich sogar ganz gut. Hier kommt gleich noch was, was ich cool finde. Und ich verstehe auch, was die vorhaben. Aber, ich muss sagen, wie gesagt, das spricht für mich ganz viel auch für diese lauen Christen auf der ganzen Welt, die in die Kirche gehen, die die Strukturen Satans mit Geld unterstützen. Ja, und das ist für mich vollkommen unsinnig. Und da kann ich auch nicht mitgehen, was hier erzählt wird, sozusagen. Tut mir leid. Ja. Und ich glaube, ich möchte das einfach nur erzählen, weil ich glaube, da gibt es jemanden, also egal, was dir in deinen Kindern passiert ist oder egal, ob deine Eltern dich respektiert haben, geliebt haben. Damit, was sie jetzt sagt, kann ich wiederum mitgehen. Familie, Freunde, ich glaube, da gibt es einen, der sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich für deine Schuld ans Kreuz gehe. Und Jesus sagt, komm zu mir, kehrt um, tut Buße. Das heißt, wir drehen unserem Lebensstil, unsere, ja, all dem, was wir nachgefolgt sind, unser Leben lang, dem Rücken zu und folgen Jesus Christus' Namen, weil er dein Leben will, weil er dich, weil er dich, ja, weil er dich lieben will, weil er dich befreien will, weil er dir den Weg zum Leben zeigen will. Schön gesagt. Schön gesagt? Ja, wie gesagt, also der Sinn von Jesus ist ja nicht, dir einfach deine Schuld wegzunehmen, sondern der Jesusweg ist ja, dass du selbst zu Jesus wirst. Und das hier ist jetzt, das ist hier nicht Gotteslästerei, oder wie das heißt, dass man, das ist vor allem nicht dieses atheistisch, materialistische, dass wir selbst die Götter sind und die Menschen die Kronen der Schöpfung. Es ist zwar eigentlich so, ja, die Menschen wurden nach dem Ebenbilder Gottes geschaffen und das ist eigentlich schon, dass wir die Kronen der Schöpfung sind, aber nicht wirklich die Menschen und schon gar nicht diese übermütigen, egoistischen Menschen, die dann eben sagen, sie sind die Kronen der Schöpfung. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Wirst du theoretisch angenommen, es gäbe Jesus Christus, ne? Und er würde... Achso, genau, ich wollte sagen, ich glaube eher, dass der Weg eigentlich ist, dass wir selber diesen Jesusweg gehen sollen, dass wir selber diese Liebe und diese Verbindung in uns wieder entwickeln zum Schöpfer, die Jesus auch hatte sozusagen und ich glaube, das ist der Ziel und nicht einfach zu sagen, oh ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, Jesus hat ja gesagt, was ich kann, könnt ihr auch und noch viel mehr und ich bin vielleicht der Weg, ich bin das Licht, ich bin der Weg, ihr geht nicht, aus der Weg, ich bin der Weg, aus der Weg, aus der Weg, ich bin der Weg, dass ich mich Favoren das auch mit dem sch嘉 hab ver Es macht mich mein elect예요, ich bin der Weg, Und ich würde meine Stelle es war die 허 lay eveind Terutsch. 등. Ich habe mich nieynth�at Rio zu clone zusammen so wie ich mich mir soak, weil das Gott und Dennis auscu� Web komme, ich bin der Weg wallet, vielen Ap 16 Ethan, Fabian aus dem messen, Aber Schuld vergeben und Karma vergeben, passiert nicht wirklich. Ja, Karma kann sich auflösen, wenn du selbst erkennst und wenn du bereust, dann kann sich Karma auflösen. Aber ansonsten ist Karma eigentlich da. Ja, das kann sich wirklich auflösen durch Selbsterkenntnis und durch Reue und so weiter. Aber ansonsten ist Karma natürlich auch da, damit du die Früchte deiner Taten erlebst. Das ist das Prinzip von Karma. Und deswegen zu sagen, danke Jesus, dass du jedem seine Schuld vergibst. Ja, mit Reue und dem richtigen Weg in Zukunft, ja. Dann wird das Karma in der Vergangenheit aufgelöst, wenn du in Zukunft den richtigen Weg gehst. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man ja auch irgendwie erfahren, was man getan hat. Wenn du dich nur von Chips und Cola ernährst, dann erfährst du die Konsequenzen und wirst irgendwann krank. Das wäre so, als wenn dann Bill Gates kommen würde und sagen würde, hier, du musst nur einmal am Tag diese Spritze nehmen und du kannst dich ansonsten ernähren, wie du willst. Du kannst nur Mist essen, Chips und Burger und Cola und McDonalds. Und du musst nur einmal am Tag diese Spritze nehmen und dann wirst du trotzdem gesund sein. Nein, das wäre dann so das Beispiel, ja, dass Jesus dir nicht deine Schuld wegnimmt, genauso wie die Spritze dich nicht gesund machen kann von diesem ganzen Scheiß, den du isst. Und überflute ihn einfach mit deinem Frieden, begegne ihm in Visionen, in Träumen und seinem Herzen, Jesus. Ich danke dir für seine Seele, dass er wertvoll und wunderbar geliebt ist, Jesus. Amen. Und Jesus liebt dich. Fand ich trotzdem ganz schön, was sie gesagt hat. Und ich glaube, er ruft dir heute zu, kehr um und folge mir nach. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, alle sind gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen. Klingt das dumm? Nö. Klingt nicht dumm. Ey, vielleicht liest du die Bibel. Darf ich dir? Anni, du hast keine Tasche mit, ne? Nee. Schade, wenn ich dir zum Buch mitgebe, wäre auch schlecht. Nö, ja. Ja. Frag wirklich nach Wahrheit. Suche nach Wahrheit. Und Wahrheit wird sich offenbaren. Wahrheit wird sich finden lassen. Jesus lebt und er will dir begegnen. Mach das Experiment zu Hause und sag, Jesus, wenn es dich gibt, dann offenbare ich mir und ändere mich. Und schau, was passiert. Ja. Ja? Also. Du bist ganz lieb. War richtig schön, mit dir zu sprechen. Lass dich nicht mal drücken. Ich will deine Frisur nicht kaputt machen. Dann noch schönen Walk dir. Ja, danke. Ciao. 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 So, jetzt kommt noch was sehr Interessantes. Vergessen was zu sagen. Wir haben gestern bei meiner Freundin zu Hause gebetet abends, ja. Und Jesus hat meiner Freundin einen Eindruck geschenkt. Und sie hat gewusst, dass es heute jemanden geben wird auf dieser Parade mit einer pinken Federbohr. Das hat sie gestern gesehen im Geist. Deswegen sind wir auf dich zugegangen. Weil wir standen vorhin da. Und ich habe mich daran erinnert. Ich habe doch gesagt, gestern hast du im Gebet eine Person gesehen mit einer pinken Federbohr. Und deswegen sind wir dir vorhin hinterher gelaufen, weil Gott uns gestern schon von dir erzählt hat. Und ich glaube, das war von Gott gefühlt, dass wir dir von Jesus erzählen. Uns hätte meine Freundin gestern nicht den Eindruck gehabt. Aber das ist krass, wir haben dich gestern schon im Gebet gesehen. Jesus will dein Leben. Ciao. Ich bitte dich auch, dass du uns jetzt schon geistlich einfach Menschen zeigst, dass du uns jetzt Eindrücke gibst. Guck mal, das wiederum finde ich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich auch schon wieder, also ich bin ja die, die mich jetzt noch nicht kennen, weil ich weiß, dieses Liebe zur Bibel, das sehen auch viele, die mich nicht kennen. Ich bin halt so ein spiritueller Mensch. Ich habe auch schon zu ganz vielen positiven Wesenheiten über dieses Brett hier, das andere kennen das vielleicht so durch Gläserrücken und so. Und ja, die meisten wissen natürlich nicht genauso, wie man das jetzt, sag ich mal, professionell macht. Ja, das macht man dann eher, wenn man was gesoffen hat nach einem Horrorfilm oder so. Dann macht man das mit dem Gläserrücken. Aber das kann man natürlich auch richtig machen, weil es funktioniert ja komischerweise. Ja, und da sollte man sich mal fragen, warum. Und das kann man eben auch so machen, dass man da nicht nur blöde Erfahrungen macht. Und ja, guckt euch das mal im Video an, das finde ich schon wieder ganz schön, dass die da auch ja schönen Abend sich hinsetzen, so eine Art Meditation machen, so eine spirituelle Atmosphäre erzeugen und jetzt sogar Eingebungen haben. Ja, wenn man denen jetzt Glauben schenken darf, was ich eigentlich tue, warum sollten die lügen. Und die hatten am Abend zuvor, sie sagt das hier wirklich, hört mal zu. Von Menschen, die wir vor Augen haben. Also sie fragt jetzt nach Eingebungen, was sie morgen für Menschen ansprechen soll. Gott möge ihnen mal Eingebungen geben. Dass du uns jetzt schon wirklich zeigst, dass du unsere Gesichter zeigst, Merkmale zeigst, woran wir sie erkennen können. Ja, ich sehe einfach so ein pinke Föder vor. Ja, ich sehe einfach so ein pinke Föder vor. Und Jesus hat meiner Freundin einen Eindruck geschenkt. Und sie hat gewusst, dass es heute jemanden geben wird auf dieser Parade mit einer pinken Federbohr. Das hat sie gestern gesehen, im Geist. Deswegen sind wir auf dich zugegangen, weil wir standen vorhin da und ich habe mich daran erinnert, ich habe doch gesagt, gestern hast du im Gebet eine Person gesehen mit einer pinken Federbohr. Und deswegen sind wir dir vorhin hinterhergelaufen, weil Gott uns gestern schon von dir erzählt hat. Und ich glaube, das war vom Gott geführt, dass wir dir... Das finde ich wiederum wirklich schön, muss ich sagen. Und das ist auch authentisch. Und weil ich meine, dieser Marco, ich weiß jetzt nicht, ob er oder sie, dieser Marco war ja auch offen und war auch gar nicht so doof. Ja, also der hat ja die Sachen ganz gut betrachtet. Und daran sieht man auch übrigens, man muss überhaupt kein Christ sein, man muss nicht mal die Bibel gelesen haben, man muss nicht Gott, wenn man in seiner Seelenentwicklung weit ist, dann erfährt man irgendwann von Gott und so weiter. Aber man sieht daran, man kann auch ein guter Mensch sein, ohne dass man bis jetzt von Jesus, von der Bibel und von Gott gehört hat. Da kann man trotzdem ein guter Mensch sein. Achso, ja, das war's damit. Und was war das? Aha, deswegen hab ich das rausgesucht oder hier nochmal kurz abspielen wollen. Ja, interessant, oder? Der eine Gott, der alle verurteilt und sofort in die Hölle stecken will und der andere Gott und Jesus nach dem Neuen Testament, die gütig sind und Straftäter und ja, so ist es nämlich auch. Genau so ist es. Denn wieder die logische spirituelle Erklärung dahinter ist, also spirituelle Erklärung hört sich jetzt blöd an, aber die logische Erklärung ist wirklich, Gott hat extra dieses Spiel für die Seelen erschaffen hier mit der Erde und so weiter und egal ob Straftäter oder nicht. Alle sind göttliche Menschen mit einem göttlichen Kern, mit einem göttlichen Herzen. Es ist nur eben der Punkt, wie tief ist noch deine Verbindung mit diesem Herzen, mit diesem göttlichen Kern. Weil wenn du natürlich ein blöder Mörder bist, ein böser Mörder, dann hast du natürlich nicht so eine großartige Verbindung, ja, zu deinem göttlichen Kern, ne, ist ja klar. Dann würdest du sowas nicht machen, weil dann würdest du auf dein Gewissen hören. Und das Gewissen, was ist eigentlich das Gewissen? Was ist eigentlich das Gewissen? Denk mal drüber nach. Warum haben Babys schon alleine so ein Instinkt, so einen Sinn, dass die nicht einfach einem Hühnchen den Kopf umdrehen oder einem Kanickel? Ja, warum machen Kinder sowas nicht? Na, weil die das Gute, das Edle und das Schöne in sich haben, das Göttliche. Das haben wir in uns. Wir haben ein Gewissen. Der Mensch ist mit Verstand und Gewissen begabt in diese Welt gestellt worden, ne, um Erfahrung zu machen. Und je nachdem, wie weit man eben von seinem Gewissen und von seinem Verstand und von seinem inneren Kern entfernt ist, beziehungsweise davon Gebrauch macht, umso, ja, umso, weiß ich nicht, weiter bist du eben entweder nah dran an Gott oder eben nicht so nah dran und machst dann eben Unsinn oder Sinnvolles. Aber grundsätzlich wirst du geliebt, egal ob Straftäter oder nicht. Genau über diesen Umstand stolperte auch Elon Musk bei seiner Suche nach der Wahrheit über das Wesen dieser Welt. Zitat, Gott hat seine Meinung vom Alten Testament zum Neuen Testament offenbar geändert. Ich denke, wow, das war ziemlich rachsüchtig im Alten Testament. Auge um Auge macht alle blind. Vergebung, weißt du, ist wichtig. Zitat Ende. Für alle von euch, die nicht ganz so bibelfest sind, im Alten Testament findet sich im Buch Exodus Kapitel 21. Gut, hier geht es jetzt auch gar nicht um Elon Musk, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe mal ein Foto von dem gesehen, ein Foto am Strand oder so. Der war so weiß, also der war so weiß, das geht gar nicht. Der war so weiß, ich habe noch nie so einen weißen Menschen gesehen. Sieht so ein bisschen auch komisch aus wie bei Mark Zuckerberg von Facebook. Die sehen beide irgendwie, der Elon Musk da mit seinem weißen Oberkörper nackig, ja, der sah irgendwie auch ganz komisch aus, also Mark Zuckerberg und Elon Musk, die sahen da beide aus wie Aliens irgendwie, wie Roboter oder was weiß ich, ja. Aber das ist jetzt gar nicht Thema vom Video, ne. Aber diesen Abschnitt hier fand ich auf jeden Fall noch interessant. So, ihr Lieben, das Video ist bestimmt schon total lang, 44 Minuten. Ach, du heiliger Strosack, ich wollte es heute noch hochladen. Okay, danke fürs Zuschauen. Bleibt gerne, bleibt offen, bleibt spirituell. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. und da würde ich mich freuen, dass sie mich unterstützt. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder, wenn wir wieder nach, ah, jetzt kriege ich es überhaupt noch zusammen, schon lange nicht mehr gesagt, wenn wir wieder nach Liebe, Wahrheit und Licht streben, will ich streben nach Liebe, Wahrheit und Licht, denn alles andere hilft uns nicht. Macht's gut. bis jetzt dringend.